Arrrr, ihr Landratten! Hier ist wieder euer Telar und heute bin ich mal wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar gibt es heute standesgemäß ein schickes T-Mog, was wir aus dem neuen Event uns holen können. Und wir wollen uns aber auch noch ein Toy angucken. Und zwar wollen wir uns heute das Toy Dunkles Warnschild anschauen. Das bekommen wir über den Plunderstorm. Und ja, ich würde sagen, wir gucken es uns mal an und dann zeige ich euch, was ihr dafür machen müsst. Als allererstes dunkles Warnschild, platziert ein Warnschild, was eine Minute lang bestehen bleibt. In das Schild kann eine Nachricht geschnitzt werden, wodurch es eine Stunde bestehen bleibt und für andere Spieler sichtbar wird. Und das machen wir jetzt mal. Wir können quasi hier das Ding aufstellen und dann anklicken und dann auswählen, was wir für eine Nachricht haben wollen. Und was nehmen wir? Wir nehmen mal hier Halt. Und wenn wir jetzt drüber fahren, seht ihr, steht unten in dem Dialogfenster einmal Halt. Und das sehen halt auch andere Spieler. Also es ist ein ganz witziges Ding, vor allem mit einer Piratenflagge und so. Passt schon ganz gut. Das gibt es quasi über dieselbe Fraktion, wo es auch hier dieses schicke Thema gibt. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Dazu müssen wir einmal in Valdraken in das Gasthaus rein. Und da haben wir da hinten einen NPC stehen. Und dieser NPC, der zeigt uns an, wie hoch wir vom Ruhme bei Fashaxe-Besatzung sind. Und ihr seht schon, ich bin mittlerweile schon auf Maximum. Da gibt es alles möglich von Mounds, Pets, Toys und auch einen Haufen T-Mock-Sachen. Und diese Fraktion können wir uns jetzt mit Patch 10, 2, 6 hochspielen über den Plunderstorm. Und ja, das ist so ein kleines Event, was ihr beim Einloggen hier schon seht. Wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr da mitmachen. Das ist so ein Brawl-Event, wo ihr dementsprechend gegen andere Spieler kämpft. Ihr habt neue Fähigkeiten, die ihr euch während des Battle Royales quasi aufsammeln könnt. Und ja, wir müsst für das Toy auf Ruhm 16 kommen. Dafür sammelt ihr einfach das Gold auf. Und das Gold bringt euch am Ende, sobald ihr quasi gewonnen habt oder sterbt, ne, es ist vollkommen egal, kriegt ihr das als Ruf angerechnet und steigt die Ruhmstufen auf. Ich kann empfehlen, im Solo-Shuffle oder im Solo-Cue hier, die Anfangsquests immer mitzumachen, dann schnell zu sterben und gleich wieder neu reinzugehen. Im Duo, wenn ihr einen Partner habt, mit dem ihr vielleicht auch im Voice seid, euch ein bisschen koordinieren könnt, dann macht es Sinn, das Game quasi bis zu Ende durchzuspielen, zu versuchen zu gewinnen. Da könnt ihr dann nämlich wesentlich mehr Punkte erwirtschaften. Genau, das sind so die Tipps, die ich euch geben kann. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao.